Alles, was ich mache, kann ich oft in zwei Versionen machen, perfektionistisch oder intuitiv. Und Intuition ist so die größte Waffe, die es gibt. Und das ist ein Training, dass man da reinkommen kann in diesen Zustand, weil es ist eigentlich dieses Freisein von Gedanken. Es ist sehr komisch, das so zu erklären, weil wir sind limitiert durch unsere Sprache, bestimmte Zustände zu erklären. Und frei von Gedanken heißt ja nicht, dass du nicht einen einzigen Gedanken im Kopf hast, aber das ist irgendwie diese Kontrolle an Gedanken. Das ist mehr so eine Art Flow. Das ist so, du bist drin und du lässt einfach zu, dass Sachen passieren und du traust einfach deinen jetzigen Zustand. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und Mach es einfach. Hallo, mein Name ist Ben Watara. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ins Machen zu kommen. Menschen, die bereits wissen, was zu tun ist, aber nicht tun, was sie wissen. Menschen, die sich selbst im Weg stehen, emotional, mental, an Aufschieberitis leiden, Perfektionismus oder einfach nur Angst haben, den ersten Schritt zu gehen. Ich teile mit dir in diesen Podcast Strategien, die du anwenden kannst, um in die Umsetzung zu kommen. Aber wenn du möchtest, dass ich dir persönlich dabei helfe, biete ich dir einen kostenlosen Powercall an. Das ist ein Gespräch mit mir, wo ich dir einige Fragen stellen werde, um spezifisch in deinem Fall, in deinem Leben mir anzugucken, was da die Limitierungen und Blockaden sind und dir helfen werde, eine Strategie zu etablieren, wie du am schnellsten in die Umsetzung kommst, ins Machen kommst. Und wenn du mit mir in den Call kommen willst, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf www.benmacheseinfach.com Trag dich ein für einen kostenlosen Powercall. Es dauert nur zwei bis drei Minuten, dass du einige Fragen beantwortest, sodass ich mich perfekt auf den Call vorbereiten kann. Wie gesagt, dieser Anruf ist kostenlos. Ich biete das an, weil es einfach der beste Weg für mich ist, rauszufinden, mit wem ich langfristig zusammenarbeiten will. Und für dich ist es auch ein guter Weg, rauszufinden, was wirklich bei dir die Blockade ist und wie du sie lösen kannst, um endlich ins Machen zu kommen. Und jetzt steigen wir ein in die heutige Episode von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das Thema Intuition sprechen. Und ich habe über das Thema Perfektionismus auch schon gesprochen. Ich möchte das nochmal erweitern mit dem Thema Intuition. Denn ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch zum Thema Intuition, Perfektionismus und Identität. Weil am Ende des Tages ist es ja so, dass je nachdem, was wir in unserem Leben gemacht haben, wie wir uns verhalten haben, wo wir groß geworden sind, wie unsere Kindheit war, wer unsere Eltern war. Wir wissen manchmal gar nicht, woher es kommt. Aber sehr viele von uns und ich sage von uns, weil ich habe mich auch dazu gezählt. Und manchmal kommt ganz kurz diese Version von mir einen Vorschein und ich erwische sie und drücke sie wieder runter. Beziehungsweise ich eliminiere und löse sie auf, indem ich einfach mir bewusst darüber werde, was da gerade hochkommt. Und zwar ist es dieser Perfektionist in einem. Ja, dieser Perfektionist. Und viele Leute haben dieses Label, ich bin ein Perfektionist. Also ich habe das jede Woche, rede ich mit mehreren Leuten, die mir sagen, meine Limitierung ist mein Perfektionismus. Ich komme nicht in die Umsetzung, weil ich ein Perfektionist bin. Ich sitze da und ich mache die Sachen, versuche sie perfekt zu machen und dann vergeht so viel Zeit. Oder manchmal fange ich gar nicht erst an, weil ich an dem einen Tag nicht das Gefühl habe, dass ich es perfekt machen kann. Und somit zögere ich die Sachen heraus und mache immer nur Kleinigkeiten, recherchiere und bin da voll noch so in diesem. Und das Ding ist einfach, dass man extrem viel verzögert. Es gibt Sachen, die könntest du an einem Tag fertig machen und du brauchst eine Woche oder zwei Monate dafür, für Sachen, die eigentlich nur drei, vier Tage kosten würden. Aber man geht da rein und beschäftigt sich mit allen Elementen und allem, was da. Und es ist diese Art Kontrolle auch. Man hat einmal eine Erwartungshaltung, dann hat man diese Kontrolle. Aber einer der wichtigsten Steps ist, dass sehr oft ein Bestätigungsfehler da drin ist. Und das war interessant, weil ich habe zum Beispiel bei mir, was so viele Bereiche angeht, aber zum Beispiel was Musik angeht, da war ich immer ein Perfektionist. Ein Perfektionist. Und ich habe Sachen nicht rausgebracht, die für andere Leute schon perfekt waren. Aber für mich war das so, ah nee, das klingt, ah das muss noch hier und ah nee, da muss ich das noch ändern. Und dieses eine Wort, das gefällt mir nicht, wie ich das da ausgesprochen habe und so weiter und so fort. Ganz weit weg von mach es einfach und mach es einfach. Ironie des Schicksals ist, ich habe mal mit meiner Crew, mit meiner Rapgruppe, der Stamm, haben wir, ich will gerade herausfinden, wann das genau war. Aber das ist auf jeden Fall mindestens vor zehn Jahren gewesen. Dieser Titel, mach es einfach und mach es einfach, der ist alt. Wir waren mal damals im Studio und haben uns einen Namen überlegt für ein Album, was niemals rausgekommen ist. Und wir waren dann da und waren dann so, ey komm schon, lass uns das fertig machen. Und wir waren zu dritt und jedes Mal hat es an einem oder an dem anderen dann gehangen. Wenn es nicht bei mir war, dann war es bei Lamin oder es war bei dir. Und dann immer war das irgendwie so, ja der eine, ja den Moment mal, ich habe meinen Text aber noch nicht ready und ich nehme den nächstes Mal auf. Und dann war ich dann wieder so, dass ich dann gesagt habe, ah guck mal hier, ich muss das jetzt ändern. Weil wir haben so lange gebraucht, dass wir teilweise, sagen wir, wir haben so fünf Songs aufgenommen. Und bis wir den sechsten aufgenommen haben, war wieder ein Monat vergangen. Und der erste Song war schon zwei Monate alt. Und dann habe ich wieder so, ah irgendwie so, gefällt mir der mir nicht mehr. Ich will einen neuen haben. Und das passiert andauernd. Ich sehe das auch zum Beispiel bei Schriftstellern. Ich schreibe an einem Buch so und je länger du da dran schreibst, desto mehr Gespräche hast du und du recherchierst und du konsumierst auch neue Sachen und auf einmal kriegst du Ideen und dann willst du das noch hinzufügen, das noch hinzufügen. Und dann fängst du an zu zweifeln an deinem ersten Kapitel und überlegst, ah soll ich das Buch vielleicht doch umbenennen oder soll ich ein anderes Cover haben oder soll ich dies oder... Und je länger man da drauf sitzen bleibt, desto mehr will man es perfektionieren. Und das Problem ist, dass man dann, je länger man, also je länger Zeit man gebraucht hat, desto höher steigt die Erwartung. Weil jetzt denkt man, okay, aber jetzt bin ich schon seit einem halben Jahr da dran und ich bin gar nicht so weit, aber jetzt muss es richtig und ich habe schon voll viele Leute davon erzählt oder was auch immer, dann kommt dieser Druck und so weiter und so fort. Es sind so viele Elemente, die da noch mit reinkommen. Aber das Schlimmste ist, wenn man dieses Label hat, ich bin ein Perfektionist. Das bist du, du bist das. Du warst schon immer so. Und dann findet man aber auch, natürlich sagt man, ja, das Negative daran ist, dass ich manchmal nicht schnippelte komme oder manche Sachen vor lange dauern oder ich manche Sachen gar nicht erst mache oder also niemals abschließe und dadurch ist es ja so, als hätte ich es nie gemacht. Weißt du, egal, wenn ich jetzt ein Jahr brauche, um etwas zu 95% fertig zu machen und dann fehlen die 5 letzten Prozent. Ja, wo ist der Unterschied zwischen das und ich habe gar nichts gemacht? Für die Außenwelt nichts, denn du hast nichts released. Du hast nichts rausgebracht. Du hast niemandem geholfen. Du hast nichts, egal was es ist, es kann ein Geschenk sein für jemanden, es kann ein Produkt sein, es kann eine Dienstleistung sein, es kann ein Kunstwerk sein, was auch immer. Aber die Welt hat es nicht gesehen. Also ist es genauso wie derjenige, der nichts getan hat. Also deswegen sage ich immer, du bist kein Perfektionist. Du machst einfach gar nichts gerade. Aber dann rechtfertigen wir es für uns. Und da war dieses Gespräch von gestern. Ich liebe solche Gespräche, weil während des Gesprächs ist ein Mindset-Shift entstanden. Und Mindset-Shift ist einfach auch so Paradigm-Shift. Ja, wenn dein Weltbild oder deine Ansicht der Realität sich verändert in deinem Kopf durch die Gedankengänge. Und diese Person konnte nicht mehr so denken wie vorher. Oder manchmal ganz kurz verwirrt. Der erste Step zu Veränderung ist Verwirrung. Wenn man nicht verwirrt ist, dann wird man erstmal nichts anpassen. Aber erstes Mal verwirrt. Es war dieser Punkt, wo man das dann rechtfertigt und sagt, ja, aber wenn ich das dann fertig mache, dann ist es perfekt. Also ich brauche echt lange, um Sachen fertig zu machen. Und ja, ich weiß, das steht mir manchmal auch im Weg. Aber wenn ich was mache, dann ist es perfekt. Dann gibt es nichts, was man noch daran verbessern kann. Und das ist sehr oft ein Bestätigungsfehler. Aus mehreren Gründen. Weil einmal, perfekt liegt immer im Auge des Betrachters. Manche Sachen sind perfekt. Für so viele Menschen, du siehst es und sagst, es ist nicht perfekt. Und du gehst da rein, weil man seine eigenen Unsicherheiten da reinbringt. Weil man seinen eigenen Standard da reinbringt. Weil man seine eigenen Ansprüche da reinbringt. Und manche davon sind völlig irrelevant für das Endergebnis. Aber man bringt es mit rein, weil man für sich selber das so sehen will. Aber das ist wieder so eine andere Sache. Da kann man sagen, okay, aus der Perspektive, subjektiv, ist es dann perfekt. Obwohl es vielleicht schon vorher viel perfekter war. Und dann ist auch wieder dieses Ding, für wen macht man das? Macht man das für sich selbst oder macht man das für andere? Und so weiter und so fort. Und ich verstehe das zu einem gewissen Grad. Weil ich meine, ich bin auch sehr lange da drin gewesen. Aber da ist sehr viel Ego mit drin. Und wenn man das Ego zurückschreckt, kann man sagen, okay, natürlich, es gibt bestimmte Sachen. Man will ja auch nicht einfach nur so etwas dahin schmeißen, sondern man will es schon gewissenhaft machen und gut machen. Und das ist das, woran man sich dann klammert als Perfektionist. Dass man sagt, ich bin gewissenhaft und ich mache die Sachen richtig. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es auch gut. Aber das beinhaltet irgendwo diesen Gedanken, dass wenn man etwas im Flow macht, wenn man etwas schnell macht, wenn man loslässt und sich nur auf eine Sache fokussiert, dass man es nicht gut machen kann. Und deswegen ist auch dann diese Limitierung, wenn man dann sieht, jemand anders kriegt das hin, dann sagt man, ja, ich kann das nicht. Also diese Person kann das vielleicht, ich kann das nicht. Ich bin nicht so. Ich bin anders. Das habe ich auch gedacht damals. Und ganz besonders bei dem Thema Musik, da will ich nochmal mit reingehen, weil ich sehe das in so vielen anderen Bereichen auch. Alles, was ich mache, kann ich oft in zwei Versionen machen. Perfektionistisch oder intuitiv. Und Intuition ist so die größte Waffe, die es gibt. Und das ist ein Training, dass man da reinkommen kann in diesen Zustand, weil es ist eigentlich dieses Freisein von Gedanken. Es ist sehr komisch, das so zu erklären, weil wir sind limitiert durch unsere Sprache, bestimmte Zustände zu erklären. Und frei von Gedanken heißt ja nicht, dass du nicht einen einzigen Gedanken im Kopf hast. Aber das ist irgendwie diese Kontrolle an Gedanken. Das ist mehr so eine Art Flow. Das ist so, du bist drin und du lässt einfach zu, dass Sachen passieren und du traust einfach deinen jetzigen Zustand. Ich glaube jetzt nicht, dass man, manche Leute sagen, man kann, wenn man auf Intuition sich beruht, Sachen starten, die man noch nie gelernt hat und kann da krass performen. Das habe ich jetzt so noch nie erfahren. Ich weiß aber nur, dass, wenn ich ein gewisses Skill-Level habe, wenn ich jetzt zwei Monate brauche, um etwas zu machen, dieses Nachdenken, Recherchieren, da reingehen und so weiter, das bringt oft, also 20% davon reichen aus. Als diese 100%, diese letzten 80% der Zeit, das heißt, wenn man sich das annimmt, zum Beispiel 10 Tage, wären 20% zwei Tage. Und diese letzten 8 Tage, die machen keinen großen Unterschied, wenn überhaupt. Und das ist das Ding, ich habe damals, ich konnte, ich habe da gesessen manchmal und ich war dann so, das ist auch wieder so ein Ding, dass, wenn du einmal perfektionistisch anfängst, mit einer Sache, ein Element, überträgt sich das auf alles. Das bedeutet, zum Beispiel, ich will ein Lied machen und dann überlege ich, ich fange an, ich höre einen Beat und denke, oh, das ist cool, ich fange darauf an zu schreiben. Während ich schreibe, überlege ich, oh, ist das ein guter Beat, weiß ich nicht. Und meistens ist es auch so gewesen, wenn ich einen Song einfach nur so gemacht habe, ich habe manchmal auch so Songs für jemanden geschrieben und die denen so geschenkt, da war das auch so, ah, das hört nur eine Person. Und dadurch, ich wollte das zwar auch richtig gut machen und die sind richtig gut geworden, aber ich hatte nicht diesen Druck von außen, dass ich jetzt irgendwie das release oder irgendwie sowas. Und wenn aber dieser Druck war oder es ist ein Event und da wirst du das performen und da werden tausend Leute sein und was auch immer und dann kommt manchmal dieser Gedanke hoch, dann fängt man an, auf seine Intuition, wie nennt man das, zu zweifeln, man zweifelt an seiner Intuition. Man sagt dann so, ich weiß nicht, ist das wirklich ein guter Beat, was denken die anderen, vielleicht soll ich doch einen anderen Beat nehmen. So, ne, und dann höre ich auf einmal drei Stunden lang Beats, weil ich dann nicht den richtigen Beat finde. Weil der gefällt mir, hm, der gefällt mir doch nicht, hm, der ist zu schnell, hm, der ist zu langsam, hm, der ist zu dies, hm, der ist zu das, hm, der ist zu... Und wenn du da einmal drin bist, dann zieht sich das auf alles. Dann fangst du an zu zweifeln an den Zeilen, die du schreibst, dann zweifelst du an, wenn du ein Schriftsteller bist, dann zweifelst du an den Kapitel, dann zweifelst du an den Inhalt, dann zweifelst du, soll ich sie sagen oder du oder, hm, ist das zu persönlich oder soll ich vielleicht nichts oder mehr formell, hm, was für einen Cover soll ich nehmen, hm, eigentlich der Titel des Buches, ist das eigentlich richtig? So, und dann fängst du an, um diese Spirale reinzugehen und dann zögerst du an allem, ne, ist das der richtige Flow, ist das zu langsam, ist das zu schnell, ist das hier? Und dann bin ich komplett in Bewertung, in Gedanken, in Kontrolle und null in Intuition. Und ich habe das schon so oft gespürt, bei Musik habe ich das sehr stark gespürt, weil ich einfach, wenn ich in diesem Zustand des Flows bin, ich habe schon so oft Sachen geschrieben, die einfach so aus mir rauskamen, war einfach so. Also, ich war da, ich habe den Beat gehört, ich habe einfach den Flow gefühlt, wumm, es kam raus und die Reime waren stark, der komplette Text hat geflowt, von Anfang bis Ende, habe es wieder geschlossen und ich habe es auf ein Level gemacht, was ich sonst nur kannte von, wenn ich da wirklich eine Woche oder zwei Wochen an einem Song setze. Und manchmal saß ich da an einem kompletten Tag, drei Stunden und habe nur drei Sätze hingekriegt. Aber diese drei Sätze waren perfekt. Und jetzt kommt der Bestätigungsfehler. Ich habe, ich habe letztens, wann war das, letzte Woche, habe ich so einen Song, habe ich einen Song geschrieben und ich habe den, ich bin morgens aufgewacht, ich habe den Beat gehört, dann habe ich das angefangen zu schreiben und dann habe ich andere Sachen gemacht, irgendwie nachmittags habe ich mich nochmal hingesetzt, irgendwie so 20 Minuten, bababam, habe noch wieder was hingeschrieben. Dann abends habe ich den zu Ende geschrieben, habe den direkt aufgenommen und die Aufnahme war perfekt. Und ich habe es morgens angefangen, abends war es zu Ende. Ich liebe das auch, ich mache das auch bewusst so. Ich habe so bestimmte Tage, wo ich einfach lerne, Sachen abzuschließen. Sachen teilweise sind das auch Projekte, die überhaupt nichts mit meinem Business zu tun haben. Es kann sein, ich sage, ich male jetzt ein Bild, so mit einer neuen Technik. Und dann fange ich morgens an und das Wichtigste ist, es abzuschließen. Abzuschließen am selben Tag. Es kreiert eine Dynamik in dir unterbewusst, dass du das Gefühl hast, boah, ich bin gut und ich brauche gar nicht da 10 Mal drüber zu gehen. Ich fange an und ich setze an mit diesem Stift und ich traue einfach intuitiv auf mein Skill-Level und gehe mit dem Flow. Der Gedankenfehler ist hier. Wenn du sagst, ja, aber ich bin zwar ein Perfektionist, aber dafür sind die Sachen perfekt. Es ist so, meistens verlässt du dich gar nicht auf Intuition. Und es gab vielleicht mal Momente, wo du irgendeine Deadline hattest, du musst es innerhalb von einem Tag oder irgendwas fertig machen. Dann hast du es gemacht. Viele Leute sind auch so. Sie brauchen nicht zwei Monate für etwas. Sie beschäftigen sich zwei Monate lang hier und da und denken jeden Tag darüber. Aber effektiv haben sie nur die letzten vier Tage wirklich was gemacht. Sie kriegen sich nur nicht in ihrem Gehirn dazu, die ersten vier Tage Gas zu geben, wenn sie wissen, ich habe zwei Monate Zeit. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber dann rechtfertigt man sich das und sagt, ja, das ist perfekt. Und jetzt die Sache die. Dieser Track, den ich gemacht habe an einem Tag, hätte ich eine Woche gebraucht, wäre er nicht perfekter gewesen. Aber wenn ich es niemals ausprobiere und jedes Mal zehn Tage brauche oder zwei Wochen brauche und dann wird er gut, dann werde ich mir das ja bestätigen und sagen, ja, okay, ich habe zwar zwei Wochen gebraucht, aber dafür ist er richtig gut. Ich hätte ihn nicht besser machen können. So war das Gespräch auch gestern. Er meinte so, ja, aber du hast noch nie wirklich versucht loszulassen. Intuitiv. Und dann natürlich kommen andere Elemente dabei, dazu. Wenn dein Umfeld nicht funktioniert, wenn du die ganze Zeit, was ist der Grund, warum du teilweise nur ein, zwei Stunden am Tag in der Lage bist, eine Sache zu tun und dich nicht darauf fokussierst und so weiter und so fort. Ich will das nicht, ja, ich rede jetzt über dieses eine Thema, aber es gibt viele Elemente. Ich mache das mit meinem Coaching jede Woche mit Leuten, die einfach nur, weil sie ihre Struktur ändern, ihren Fokus anpassen, ihr Umfeld anpassen, Time Management, wie sie den Tag starten und strukturieren, Pomodoros Arbeit, diese ganzen Sachen helfen natürlich extrem. Und wenn sie nicht optimiert sind, dann stehen sie dir auch im Weg. Weil dann kommst du gar nicht in diesen intuitiven Flow, weil du gar nicht in der Zone sein kannst. Weil du die ganze Zeit abgelenkt bist und rausgerissen wirst von deinem Umfeld oder von deinen eigenen Gedanken. Und das ist das Ding. Das sind viele Elemente. Aber ich will jetzt nur auf diesen Punkt eingehen. Und diese Identifikation mit diesem Perfektionismus. Weil das ist auch ein Gedanke. Ein Gedanke, der tief verankert ist in deiner Identität, der basiert auf die Vergangenheit. Und Intuition ist machtvoll. Deswegen ist es ja auch im Zen, dass das Ziel ist es, Gedankenfreiheit im Jetzt zu sein. Das ist das, wo man sagt, man ist erleuchtet. Weil die Leute, die handeln direkt aus dem Jetzt heraus. Die denken nicht nach. Und wenn du siehst, das wirklich, wir haben oft diese Gedanken in unserem Kopf wegen Gefahren. Oh, was ist hier? Was ist das? Was ist hier? Und wir bringen unser Kortisol nach oben. Parasympathitisches Nervensystem wird aktiviert. Das ist so, wie wenn wir im Dschungel sind und dann kommt ein Löwe. Aber das Ding ist so, wenn du im Dschungel bist und ein Löwe steht vor dir, du denkst nicht nach. Du wirst nicht anfangen, logisch darüber nachzudenken und es zu bewerten, sondern du rennst einfach. Intuitiv. Es kickt in, links, rechts, oben, unten. Du wirst automatisch schon wissen, was das Richtige ist. Du rennst einfach. Und das ist das Ding, wenn du dich auf Intuition verlässt, das ist die stärkste Macht, die es gibt. Die stärkste Macht, die es gibt. Die größten Genies haben sich auf Intuition verlassen. Pioniere verlassen sich auf Intuition. Sie können ja gar nicht anders. Sie sind Pioniere. Sie sind diejenigen, die erschaffen. Andere machen das nach und studieren sie. Aber die Leute, die etwas geschaffen haben aus dem Nichts, die haben in sich hineingefühlt und gespürt, das ist das Richtige. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es 100% richtig ist, aber es fühlt sich richtig an. Und das ist eine Sache, die man trainiert. Weil viele Leute trauen ihre Intuition nicht. Viele Leute haben ein Gefühl, was hochkommt in vielen Situationen. Und dann, und das ist dein unterbewusster Gedanke, das ist viel schneller dein Unterbewusstsein, analysiert eine Situation. Du kriegst ein Gefühl. Und du kannst es freien Lauf lassen. In diesem Moment. Kannst du es tun, wenn du kreierst. Und dann kommt dein logischer Verstand. Und dein logischer Verstand analysiert das. Und sagt, nee, Moment mal. Und jetzt fängst du an, an dir selbst zu zweifeln. Und ich sage nicht, es ist wieder so ein Ding, es ist nicht schwarz und weiß. Es ist das Thema Dualität. Immer eine Sache stimmt immer und das Gegenteil stimmt auch. Es ist immer eine Frage des Kontextes. Das heißt, ja, es gibt sehr viele Areas, wo logische Herangehensweise erforderlich ist. Das heißt jetzt nicht, dass man alles mit Institutionen sagt, ich werde niemals nachdenken und ich will nichts mehr überprüfen. Ich will überhaupt nichts mehr recherchieren. Das ist wieder so ein Ding. Es geht nicht um Extreme. Es geht aber um die Fähigkeit. Es ist so wie, wo ich geredet habe über introvertiert, extrovertiert. Ich sage ja nicht, dass jemand, der introvertiert ist, jetzt extrovertiert werden muss und seine introvertierten Fähigkeiten weglässt. Nein, es gibt so viele positive Eigenschaften daran, dass man introvertiert ist und sehr viele, dass man extrovertiert ist. Es sind wie zwei Sprachen, die man spricht. Und wenn du beide Sprachen kannst, dann kannst du, je nachdem, welche Situation vor dir ist, introvertieren oder extrovertieren. Und genauso ist es mit Intuition und logischer Herangehensweise. Es ist wichtig, dass man diese Fähigkeit hat und sie dann einsetzt, wenn es notwendig ist, sodass es dir nicht im Weg steht. Das ist das Ding. Du hättest die Fähigkeit, heute eine Sache zu starten und abzuschließen. Ein Prozess. Und das ist auch meistens, was du tust, wenn du dann eine Deadline hast und nur noch ein Tag ist. Du hast keine Zeit nachzudenken und zu überprüfen und zu recherchieren. Also machst du einfach. Und irgendwie kriegst du es hin, boom, dass es in letzter Sekunde fertig ist. Und dann hast du das Gefühl, hätte ich mehr Zeit gehabt, dann hätte ich das noch besser machen können, dann hätte ich das noch anpassen können, dann hätte ich hier noch machen können, dann hätte ich das noch machen können. Und diese Gedanken festigen sich dann. Und dann fängt man an, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Zeit für sich zu beanspruchen, um Sachen zu tun. Und wenn man dann zurückgeht und sich so fragt, wo das herkommt eigentlich. Und man sagt so, ich bin mehr derjenige, der so im Kopf ist und Kontrolle haben will über alles und alles überprüfen will und alles checken will. Und woher kommt das? Ich weiß, es kommt aus meiner Kindheit. Es kommt von der Schule. Es kommt von diesen Bewertungen, von Lehrern, von Mitschülern, von diesem ganzen Umfeld. Aber wenn man da ein bisschen mal zurückgeht, was war vor der Schule? Was denkst du, wie lernen kleine Kinder? Wie lernen kleine Kinder? Das ist Logik. Wie lernen kleine Kinder zu sprechen? Sie hören und geben direkt wieder. Sie bewerten das nicht. Sie haben auch nicht diese, mach ich das gut, mach ich das schlecht. Nein, sie gehen in Intuition und saugen alles auf, was aus ihrem Umfeld ist und nehmen es ein. Sie probieren Sachen, sie testen sie, sie fühlen und sie gehen rein. Und sie sind eigentlich unsere größten Lehrer. Wir bringen Kindern was bei, es sollte eigentlich andersrum sein. was dieses Thema Intuition angeht. Wir haben alle diese Fähigkeit gehabt, aber wenn man dann anfängt, Logik für sich als Meister unseres Lebens zu sehen, logischer Verstand, was auch sehr stark im Westen natürlich präsent ist. Wenn du zum Beispiel mal in Asien, ob das jetzt Indien ist oder China oder Japan, du hast sehr viele Kulturen, wo sehr viel dieses, diese emotional oder Spiritualität, auch in Afrika oder in Südamerika, du hast viel mehr diese, das ist vor allem in den alten Kulturen, ja jetzt nicht jetzt, aber so die alten, die traditionellen Kulturen oder die Native Americans, die in Amerika waren. Sehr viel, die auf Spirit basieren und auf Emotionen und auf Gefühl und auf Vertrauen und auf Formlosigkeit und auf Gedankenfreiheit, weil diese Gedanken, die wir jeden Tag haben, die sind die, die uns da halten, wo wir jetzt sind. Und diese Gedanken, die vor allen Dingen zu uns gehören, die so nah an uns sind, dass es unsere Identität ist. Wer du bist, wer du nicht bist, was du kannst, was du nicht kannst, was gut ist, was schlecht ist, diese ganzen Sachen, das sind Filter, du siehst es gar nicht. Und deswegen bist du so überzeugt, dass du so bist und dass das so ist und dass du das kannst und das nicht kannst. Du weißt es, es ist ein Fakt für dich. Deswegen sage ich immer, wir glauben, dass wir wissen, weil wir nicht wissen, dass wir glauben. Du glaubst einfach nur, dass du es nur perfekt machen kannst, wenn du wirklich so viel Zeit reintust, weil du es bis jetzt nicht anders gemacht hast. Und bei den Leuten, wo es anders ist, denkst du, ja die sind einfach anders oder der ist einfach ein Genie oder der kann das einfach. Bei mir ist das nicht so. Ich muss Sachen zehnmal überprüfen. Ganz besonders, was Kunst angeht. Und ich sehe Business auch wie eine Form von Kunst an. Ich sehe sehr viele Sachen als Kunst, die jetzt nicht wirklich so traditionell Bilder malen und sowas. Das ist für mich, für mich erstreckt sich das über so viel. Ich habe von, jeder zum Beispiel, der sich mit Psychologie beschäftigt oder Mindsets, für mich auch Kunst. Jeder, der seinen Körper transformiert mit Fitness oder egal welche Sportart, für mich ist Sport allgemein Kunst und hat auch sehr viel mit Intuition zu tun. Man trainiert seinen Körper und konditioniert seinen Körper zu einer gewissen Art und Weise, bestimmte Sachen zu tun. Aber guckt ihr da Top-Athleten an in bestimmten Bereichen, an irgendwann, die lassen einfach los und gehen freien Lauf. nicht sagen, dass Michael Jordan oder Pelé oder wer auch immer irgendwann nur noch oder egal welcher Boxer im Ring steht, dass er irgendwann anfängt zu viel nachzudenken mit logischem Verstand. Nein. Man kann sagen, dass Training Perfektionismus ist, weil man einfach weiter trainiert, aber die Leute gehen auch in den Ring, wo sie nicht perfekt sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das Thema Scheitern, Anpassen und Wachsen und Perfektionismus durch Handlungen. Aber Intuition ist so stark und es gibt Wege, seine Intuition zu trainieren. Deswegen, frag dich mal in deinem Leben, ob du wirklich in Situationen mehr intuitiv bist oder viel mehr kognitiv und kontrolliert und bist du auch ein Perfektionist aus diesem Grund, weil du nicht loslassen kannst, weil du nicht im Flow sein kannst und warst du schon mal im Flow. Dass du einfach etwas gemacht hast und du wusstest, genau das fühlt sich richtig an, das mache ich so, die Entscheidung und du triffst schnell Entscheidungen. Das ist auch eine Sache, die sehr stark verlangsamt. Leute, haben ein Gefühl, ich will das, und dann überlegen sie, und dann denken sie, und dann zögerst du und du hast auch kein Selbstvertrauen. Du traust nicht deine eigenen Entscheidungen, deinen eigenen Geschmack. Bei Kleinigkeiten, Leute haben das sogar, wenn sie Essen bestellen im Restaurant. Wenn sie sich überlegen, welche Farbe soll ich diese Wand streichen oder was soll ich hier? In jeder Kleinigkeit gibt es Leute, die zögern einfach Sachen heraus und am Ende haben sie sich zehn Optionen angeguckt und dann nehmen sie trotzdem die erste. Aber jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. Jetzt weiß ich auch, jetzt fühle ich mich auch gut mit dieser Entscheidung. Weil jetzt habe ich auch alles gecheckt. Ich meine, ich mache das in vielen Sachen so. Zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung suche, ey, auch wenn ich 20 Wohnungen geschedult habe und ich gehe in die zweite Wohnung oder in die dritte und ich fühle, es fühlt sich einfach richtig an. Ich bin da und denke, boah, diese Wohnung ist super. Nehme ich. Ich brauche nicht die anderen 17 mir noch anzugucken. Ich habe auch dann nicht mehr diese, aber was ist, wenn die anderen noch viel besser gewesen wären? Nein, ich weiß, dass ich das will und ich nehme das. Weil das Ding ist so, ja, dann gucke ich mir die anderen 17 an, aber zum Beispiel hier in Dubai gibt es ja auch endlos. Dann kann ich sagen, weißt du was, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es noch eine bessere und dann mache ich nochmal 20 Termine und dann mache ich nochmal 30 Termine und dann gehe ich, aber dann, Perfektionist. Aber dann, wenn ich dann eine Wohnung habe, dann kann ich, und das Ding ist, ich kann mich auch dann nur erst wirklich richtig wohl fühlen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die perfekte Entscheidung. Es gibt Leute, die sind so. Und ich sage ganz ehrlich, ich war auch so. Nicht jetzt zu dem Grad, dass ich sage, ich muss 500 Wohnungen mehr angucken, aber schon, ich hätte mir die 30 angeguckt und hätte Fotos gemacht. Dann hätte ich nochmal geguckt. Dann wäre ich nochmal, um mir sicher zu sein, wieder zurück in diese eine Wohnung gegangen, die besten drei und hätte nochmal einen Termin gemacht, um die nochmal zu sehen, um die dann noch besser zu vergleichen. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich nicht wohl gefühlt mit meiner Entscheidung. Aber das ist alles in meinem Kopf. Was ist, wenn es noch 50 andere Wohnungen gibt und ich habe von denen nicht erfahren? Dann weiß ich es nicht. Aber sobald ich dann davon erfahre, oh, jetzt zweifle ich wieder an meiner Entscheidung. Das ist ein Teufel, das ist alles in unserem Kopf. Wir kreieren das alles in unserem eigenen Kopf. Und intuitiv, wenn du das trainierst, auf deine Intuition zu achten, es gibt viele Übungen, die man machen kann, um seine Intuition zu trainieren, aber dass man wirklich da erstmal der erste Step ist, sich bewusst zu sein überhaupt, dass es ein Mangel ist, den man hat in seinem Leben. Oder, das ist ja, genau, das ist etwas, was man eigentlich nicht lernen muss, sondern man muss das andere entlernen. Weil das ist unser Urzustand. Beobachte mal kleine Kinder einfach nur und du wirst sehen, was ich meine. Das ist diese Freiheit, die sie haben. Das ist diese Freiheit, die sie da haben. Sie sind in Intuition. Sie fühlen, spüren, boom, sie sind echt mit ihren Emotionen, sie halten es nicht zurück. Bei manchen fängt es viel früher an als bei anderen, aber dass sie anfangen kognitiv reinzugehen und zu bewerten und einfach zu kontrollieren, zu zögern. Darf ich das machen? Nicht. Wie sieht das aus, wenn ich das mache? Und dann kommt Gruppenzwang und dann fangen wir an, unauthentisch zu werden. Fängst du an, Nein zu Sachen zu sagen, zu denen du Ja sagen willst und Ja zu Sachen zu sagen, zu denen du Nein sagen willst und das ist ein unauthentisches Leben. Und Perfektionismus ist jetzt nur ein Aspekt davon, eine Facette davon. Perfektionismus, ich hasse dieses Wort, das ist kein Perfektionismus. Das ist Lähmung. Lähmung. Verzögertes Handlungen durch Lähmung. Der viele Sachen, die ich in letzter Minute gemacht habe, was heißt letzte Minute gemacht habe? Aber ja, damals habe ich sie in letzter Minute gemacht und die sind super geworden, weil ich keine Zeit mehr hatte, zu viel nachzudenken und zu bewerten und zu zweifeln und weil der Schmerz so groß war, wenn ich das nicht fertig habe, in den nächsten 24 Stunden, dann bumm, nachts nicht geschlafen und auf einmal so in kürzester Zeit krasse Sachen hingekriegt. Aber da nicht die richtige Bewertung davon gehabt. Und auch immer gedacht, oh, das ist voll schlecht, das ist voll scheiße. Und hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre es besser gewesen. Wenn man diesen Gedanken hat, da wird man sich bestätigen in seinem Leben immer wieder. Da wirst du Sachen sehen, die lange Zeit gekostet haben und die richtig gut sind und sagen, ja, anders geht es nicht. Ganz besonders, wenn du Sachen kreierst, wenn du ein Schöpfer bist, wenn du kreativ bist, du kreierst Sachen aus dem Nichts. Etwas ist in der Luft, es geht in deinen Kopf rein, du hast eine Idee und du kreierst es mit deinen Händen, egal wie, mit Maschinen, aber du kreierst es. Eine Dienstleistung, du erkennst eine Marktlücke oder was auch immer, du siehst es, bumm, es ist da, du gehst rein. Du verbesserst es, aber dieses rauszögern, Leute, dann ein, zwei Jahren mit Gedanken in ihrem Kopf, das ist kein Perfektionismus. Traue dir selbst, traue deiner Idee, geh da raus, mach es einfach und dann machst du es dir selbst viel einfacher. Und wenn du willst, dass ich dir dabei helfe, oder mit dir darüber gucke, was wirklich bei dir das ist, was dich zurückhält, dann kontaktiere mich, es gibt einen Link in der Beschreibung www.benwatara.com Da gibt es übrigens auch noch andere Quellen, wo ich noch ein bisschen tiefer eingehe auf bestimmte Prinzipien. Wenn du noch nicht auf dieser Seite warst, check auf jeden Fall die Seite aus www.benwatara.com ist jetzt eine neue Seite, die habe ich jetzt erst vor zwei, drei Wochen gelauncht und da habe ich auch so ein paar Bonus-Übungen, die man so für sich machen kann, um noch mehr für sich rauszufiltern, was Limitierungen sind, was vielleicht unterbewusst bei dir passiert, was dir nicht so bewusst ist. Da habe ich einige Sachen auf dieser Seite, aber da habe ich auch ein Formular, wo du dich anmelden kannst, mich kontaktieren kannst und dich bewerben kannst für einen kostenlosen Powercall. Der Call ist wirklich ein kostenloser Call, wo ich mit dir erstmal eine Stunde auf dein Leben gucke, auf deine Situation, auf dein jetziges Ziel gucke, auf deine Limitierung gucke und sehe, was da wirklich die größte Limitierung ist und wie man da am schnellsten rauskommen kann. War das mein Ziel? Mein Ziel ist es, in die Umsetzung zu kommen. Ich rede viel über Themen hier in diesem Podcast, dass man das versteht, dass man das für sich greifen kann, aber am Ende des Tages gibt es so viele Leute, die intellektuell wieder, das ist wieder das Ding, intellektuell logisch haben sie Sachen verstanden oder glauben es verstanden zu haben, weil es geht nicht, du kannst nicht Sachen intellektuell verstehen. Wenn du sie nicht erlebt hast, wenn du sie nicht gespürt hast. Ich sage immer, wenn ich dir beibringe, wenn ich dir erkläre, logisch, wie man schwimmt, heißt das nicht, dass du weißt, wie man schwimmt. Wenn du noch nie in deinem Leben im Wasser warst, weißt du nicht, wie man schwimmt. Und dann springst du ins Wasser und spuckst ein bisschen Wasser raus, aber dann lernst du es wirklich. Und da kommt wieder dieser Punkt mit Logik und Intuition. Klar, man kann sagen, ja, ich werde aber jetzt intuitiv lernen, man schwimmt und ins Wasser springen und es mir selbst beibringen. Das ist wieder dieser Punkt. Da geht es in die andere Richtung wieder. Es ist wichtig, dass man ein Fundament hat, eine Basis hat. Aber du musst an einem Punkt ins Wasser springen und darauf vertrauen. Das ist auch wieder so eine Sache. Dieses Selbstvertrauen. Jeder Mensch, den ich kenne, der erfolgreich ist oder der auch startet mit einer Sache, ohne 100%ig, ohne 100%ig Garantien zu haben oder so weiter. Das gibt es nicht. Wenn etwas Neues startet, das gibt es keine Garantie. Und ich habe das bei mir auch. Eine der wichtigsten Fähigkeiten ist dieses Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen ist nicht das Vertrauen in den Fähigkeiten, diese eine Sache zu meistern, weil diese Sache hast du vielleicht noch nie gemacht. Also, du weißt ja, du bist noch nicht gut da drin. Aber eine Sache, an der ich niemals zweifle, ist, ich weiß, ich kann alles lernen. Ich weiß, ich kann jede Situation meistern. Ich weiß, ich kann alles umdrehen. Da vertraue ich mir selbst. Ich gehe in Situationen rein, weil ich weiß, ich kann mit allem umgehen. Das ist alles. Ich zweifle nicht daran, dass ich vielleicht nicht lernen kann, wie man schwimmt und deswegen gehe ich nicht ins Wasser. Nein, ich weiß es. Ich weiß, ich werde am Anfang nicht gut sein, aber ich traue meiner Fähigkeit zu lernen und mich anzupassen und vor allen Dingen schnell, weil diese Gedanken, die dann immer wieder in deinen Kopf kommen, die so, das ist das, was dich daran hindert, überhaupt besser zu werden. Das ist eine der Sachen, die dich daran hindern. Und deswegen machst du es dir viel, viel, viel zu schwer. Also vergiss nicht, Wissen ist nicht Macht, nur Machen ist Macht. Also mach es einfach und mach es einfach. Porque das macht mich nicht so genau, die Sachen und die Sachen haben, Ja, die Sachen ist für die Sachen Das ist eine Sache.